Was geht Leute? Wir sind heute hier auf dem BVB Trainingsgelände und zwar haben wir die Ehre, das neue Champions League Trikot als allererste überhaupt anzuziehen. Und nicht nur das, wir haben zwei Spiele am Start und zwar Ömer Toprak und Marc Batra. Mit denen werden wir eine kleine Challenge machen und zwar stellen wir Tore aus der Champions League nach. Drei Tore, auf geht's würde ich sagen. Locker. Ihr seid dran. 1-0. Okay komm, lass recken jetzt. 2-0. Aha! Zu viel Kraft! 2-0. Oh! Oh! Klapp! Ja! Oh, nee! Oh, schlecht! 1-0. 1-0. 2-0. 2-0. 1-0. 1-0. Hade. 2-0. Drei Tante! Kippa! Jav Prozent! Bra va Mark! 2-0. Ja! Komm Lukas. Ja, scheiße. Komm zu ihm, jetzt musst du liefern. Nein, was machst du denn? Spiel den Ball zu weit nach vorne. Was war da los, Tim? Keine Ahnung. Was war da los? Egal, wir haben noch zwei Positionen. Zwei Positionen. Okay, komm. Jawoll! Mach ihn weg! Nicht links, aber der Schuss war geil. Schuss war gut, aber leider eine falsche Ecke. Jawoll. Oh! 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 Über den Zaun. Huch! Jawoll! Ah! Ah, ein bisschen mehr auf die Ecke. Immer links. Daneben. Jawohl! Nice! Oh! Wow! Oh! Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Oh! Oh! Ja, der ist gut. Jawohl! Was war das denn? Ja. Das war eine Bombe! Shit! Oh! Oh! Und die Kamera? Gut! Jetzt steht es ja 1-1. Das halb! Oh! Gewonnen! Hier dürfen noch einmal! aus! Ja! Das ist gut! Das ist gut! Jetzt hast du eine Chance für den Defender! Jetzt haben wir noch ein Gewinnspiel für euch und zwar könnt ihr zweimal ein signiertes Trikot von den beiden Jungs gewinnen. Was müsst ihr tun, um mitzumachen? Das ist ganz einfach, geht in die Kommentare und schreibt euren Tipp, wie weit BVB dieses Jahr in der Champions League kommt. Ansonsten die Teilnahmebedingungen und den Link zum BVB Fanshop findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschau!